Ach ja, trautes Heim, Glück allein. Glück auf, Leute, und willkommen zurück zu Skirim. In meiner schönen Hütte stehe ich gerade. Ich könnte mal im Garten gucken, meine Pflanzen sind doch bestimmt wieder gewachsen, oder? Meine schönen Blasenpilze und mein Weizen. Ja, du kannst auch ruhig ein bisschen schneller laden. Oh, es ist mitten in der Nacht hier. Die Nachternte beginnt. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ach, ich kann die noch gar nicht hier. Aber hier kann ich. Hier kann ich, hier kann ich, hier kann ich, hier kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Ansonsten sind noch keine weiter gewachsen, hä? Naja. Gut, lasst mich mal auf die Karte gucken. Was wir jetzt zuerst machen, ist suchen nach Nebelwacht. Weil da hat mir irgendein Zuschauer geschrieben, ich soll da unbedingt nochmal hingehen, weil ich da einen Bogen wohl hab liegen lassen, der sehr, 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 sehr toll sein soll. Wehe, der ist es nicht, dann bin ich sauer. Normalerweise reagiere ich auf sowas ja gar nicht groß, weil es gibt ja auch so viele Leute unter meinen Zuschauern, die immer meckern, wenn ich keine Tränke herstelle oder Sachen nicht verzauber, keinen Schmuck herstelle. Weil wenn ich das nicht mache und jenes nicht tue, würde ich jede Option machen, die das Spiel hergibt. Ja, da wäre ich ja ein hundert Jahr noch nicht fertig, also hör mal. Also, wem es nicht passt, wie ich spiele, der soll selber spielen. So sieht es aus. So, jetzt müssen wir mal Ausschau halten. Nach irgendwelchen Bücherregalen, wo Eimer mit dabei sind. Steh mir nicht im Weg, du Stück. Ich weiß gar nicht, ob wir da in diesem Turm hier überhaupt richtig sind. Ich laufe noch mal ein Stück hier hoch. Und dann noch ein Stück hier hoch. Bist du gerade in eine Falle gerannt oder so? Habe ich das richtig gehört? Oh, das ist ja perfekt. Wir haben ja gerade Zeug gesammelt. Da können wir ja mal schnell Gesundheitszeug machen. Oh yeah. Alchemie beenden. Aber hier in dem Raum dürften wir echt verkehrt sein, denke ich. Also müssen wir nach unten. Wo war denn dat? Weil das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass man mir das gesagt hat. Da habe ich jetzt gerade spontan wieder dran gedacht. Dass da was gewesen war. Raus in den Innenhof! Wo könnten wir denn noch rein? Stimmt hier hinten irgendwo, oder? Ach nee, das ist der Eingang. Hör, aber hier gibt es doch sonst keine Gebäude mehr, oder? Ist so lange her mit der Nebelwacht. Ich kenne mich hier nicht mehr als. Also hier gibt es sowas auch nicht. Vielleicht doch irgendwie hier hinten noch. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich meine, mein Gott, das ist ein Bogen. Das ist genauso wie das Aufgerege, weil ich die eine Maske da verkauft habe. Wenn man alle Masken hat, kann man wohl irgendwie so eine Meistermaske machen. Aber ich will überhaupt keine Maske. Ich will meine Ruhe. Wenn ich darauf halt nur mal keinen Bock habe. Wo bin ich denn hier? Da habe ich darauf halt keinen Bock. War das überhaupt richtig mit der Nebelwacht? Oder habe ich mich da wieder verdahmen? Ich meine, wir gucken jetzt noch mal hier rein. Und wenn wir es nicht finden, dann halt nicht. Mein Gott. Ist ja auch nicht so schlimm. Dupti-dupti-dü. 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 Uh. Was? Das ist lecker. Lass mich. Also ich hoffe, dass es lecker ist. Wenn das nicht lecker ist, ne? Dann raste ich total aus. Wo komme ich denn hier noch hin? Unterer Balkon. Ach, das war dieses Ding, was so etappenmäßig war. Haha. Ab in den Westturm. Durchsucht hatten wir hier ja eigentlich alles soweit. Boah. Aber das Futter habe ich damals noch nicht mitgenommen. Dann nehme ich das jetzt mal mit. Hier muss ich nämlich irgendwie Ausschau halten. Aber momentan sieht das hier alles noch nicht nach dem aus, was ich suche. Meine lieben Leute. Ein Kessel. Der oberer Balkon. Muss ich echt nach ganz oben da führen, oder was? Mein Gott, Walder. Jetzt geht es in den Ostturm. Ab in die Heimat. So, guten Tag. Eiferpüff. Was habe ich denn hier liegen lassen? Hä? Also irgendwie sieht das alles nicht so aus, wie das, was so aussehen soll. Wie das, was ich suche. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist halt das Problem. Ich weiß halt eben auch gar nicht mehr, wo das war. Das ist so lange her, dass man mir das erklärt hatte. Da soll irgendein toller Bogen, soll hier sein. Ich meine, das kann ja eigentlich auch nur ein verzauberter Bogen sein, oder so, ne? Ein bisschen Verzauberung, mein Gott. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier jahrelang zu suchen, oder so. Wenn ich es nicht finde, finde ich es halt nicht. So einfach ist das. Und offen gesagt, wie man merkt, bin ich ja eh zu blöd für sowas. Ich habe da auch gar keine Lust drauf. Ne, komm. Scheiße auf den blöden Bogen. Ey, was soll das? Ich will hier überhaupt nichts markieren. Was machen wir denn heute? Was machen wir denn heute? Äh. Verdammt, irgendwas hatte ich mir überlegt, was wir machen. Das ist mir jetzt aber gerade schon wieder entfallen. Und deshalb bin ich dumm im Kopf, oder so. Ich weiß überhaupt nicht. Es gibt ja mehrere Dinge, um die man sich jetzt kümmern könnte. So rein theoretisch. Aber irgendwie habe ich bei all den Dingen ein ungutes Gefühl. Lagerstille Monde. Über dieses Arbeitszeug hier bei den Gefährten. Was soll das denn? Hier haben wir noch einen Schrein. Windhelm. Aber das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn ich mich erstmal nach Weißlauf begebe. Weil ich wollte sowieso mal gucken, weil sich viele ja auch drüber aufgeregt haben, dass ich keinen Schmuck herstelle. Das soll wohl so viel Schmiede-EP bringen. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Ja, verschwinde, wo ein gutes. Oh, das ist ja finster. Ich wollte nämlich mal gucken, was man so braucht zum Schmuck herstellen. Außer Gold und Silber. Weil das ganze Schmuckzeug, das kann man ja bestimmt auch schön verzaubern. Da gibt es ja auch wieder EP für dann. Lass mich schon mal rein. Und vor allem suche ich auch nach einem Rohstoff, den ich gerne so ein bisschen lagern würde. So, erstmal gucken, ob ich irgendwas zu verkaufen habe. Das könnte ich zum Beispiel verschachern. Gut. Oh, der hat ja direkt schon das, was ich suche. Eisen hat der auch. Das ist ja nett. Brauche ich sowas für irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Also, ich nehme es mal mit. Ich habe hier sowieso die Geldscheiße. Und Oricaltium nehme ich auch mit. Da können wir nämlich auch ein paar Pfeile herstellen. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ah, komm mal her, Kollege. Ich bin noch da. Was braucht ihr? Ich brauche jemanden, der mir ein bisschen das schwere Zeug hier abnimmt. Was ich aktuell nicht gebrauchen kann. Zum Beispiel das ganze Ebenerzzeug. Das kannst du auch haben. Und das auch. So, danke schön. So, jetzt gucke ich mich erstmal hier um. Hier kann man nämlich zum Beispiel Schmuck herstellen. Dafür bräuchte ich nur Gold, aha. Das ist ja easy. Da kann man ja ziemlich viel schon herstellen für billiges Zeug. So, aber was ich jetzt... Ach nee, ich wollte mal gucken. Kann ich denn aktuell Orkische Pfeile schon herstellen? Nee, gut. Also brauchen wir elfmal Feuerholz. So, passt doch auf. So, halt doch das Maul. Ist das dein Ernst, dass du mich schon wieder hier im Platz wegnimmst? Mann, Mann, Mann. Oh, in nächster Zeit lecker wild. Oh, das wäre doch so ein schöner Hirschbraten jetzt. Oh. Bö, 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 Bö. So, wir gucken jetzt hier oben nochmal bei der Schmiede vorbei, was es hier so zu holen gibt. Oh, das fällt mir gerade das erste Mal auf. Das ist ja wie ein Adler geformt. Oh. Hallöchen. Okay, wo ist der Affe schon wieder? Da ist der Affe schon wieder. Ich habe eine Menge Stahl zu... Preist die Götter. So, was hast denn du Schönes? Du hast auch noch Ebenerz und viel Eisen. So. Mhm. Ich habe noch was für dich. Was braucht ihr? Ich brauche nach wie vor jemanden, der mir das schwere Zeug schleppt. Danke, danke. Nach euch. So, und jetzt will ich erstmal ein bisschen was aus Eisen herstellen. Ey, ich meinte hier Baumaterial. Nägel können wir auch machen. Die brauchen wir nämlich alle für daheim und so. So. Haben wir erstmal schön viel Baumaterial fertiggestellt. Weil ich glaube, vielleicht bauen wir auch erstmal noch ein bisschen was an unserem Haus weiter. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja, ich wollte ja auch Holz hacken. Das können wir aber eigentlich auch alles daheim machen. Deshalb würde ich sagen, erstmal wieder ab nach Hause. Weil ich bin gerade echt so planlos. Ich bin gerade... Ich habe wie so ein Loch im Kopf. Papa, ihr seid zu Hause. Ja, tach. Wollen wir etwas spielen? Ne, tut mich sorry. Äh. Nerv mich nicht, Baric. Ich habe zu tun. So, irgendwo konnte ich doch hier, glaube ich, auch Holz hacken, ne? Da. Ich bräuchte nämlich elf Holzscheite und so, damit ich mir ordentlich Munition herstellen kann. Dann lagern wir von Beno das schöne Metallzeug, das wir gekauft haben. Auch gleich in der Hütte mit ein. Zwei von elf. Also müssen wir zwei Ladungen hier hacken. Und ich habe echt aktuell, ich habe wie so ein kleines Loch im Kopf, wisst ihr? Das ist irgendwie... Ich habe das Spiel vorhin angemacht und habe mir gedacht, oh, es gibt so viel, das ich jetzt tun will. Mal sehen, ob ich das heute alles schaffe. Und jetzt ist irgendwie alles weg. Deshalb bauen wir jetzt erstmal in unserem Haus weiter. Und machen uns Ausrüstung. Und dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Ich habe so eine eventuelle Sache, die ich eventuell gern angehen würde, weil es da so eine schöne Waffe gibt, die ich gern endlich mal hätte. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir sollten auch gleich mal schauen, ob wir genug Holz zum Bauen haben. Weil so ein bisschen Krimskrams brauchen wir sicherlich noch. So, oh. Ich bin beladen. Wohin soll es gehen? Hä? Lass mich in Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Bist du deppert oder so? Ich habe dich nicht mal angesprochen, du... Habe ich nicht gesagt. Nur noch ein Stück. Amboss. So, jetzt gibt es erstmal schön Munition hier. Ja. Sehr gut. Habe ich noch was in der Truhe? Oh, ich habe einen Haufen Gold hier. Zieht euch das mal rein. Da können wir ja gleich mal ein bisschen Schmuck herstellen, wenn wir schon mal dabei sind. Aha. Die Juwelen-Halskette hier können wir uns zum Beispiel herstellen. Eine schöne Rubin-Halskette. Einen Saphir-Ring. Oh. Goldene Halskette könnten wir uns auch herstellen. So, da haben wir jetzt mal schön viel Schmuck gemacht für alle, die immer meckern, dass ich keinen Schmuck herstelle. Jetzt habe ich voll den Schmuck, ey. Und ich bin schon wieder voll überladen. So, Hilfe. Hi, Papa. Na, wie geht's? Hier hast du ein anderes Leben, den musst du nicht mehr den ganzen Tag rumrennen. Und Futter durch die Gegend schleppen. So, Trautesheim, Glück allein. Ich würde sagen, ich gucke direkt erst mal hier im Vorraum, ob wir hier noch was bauen können. Säbelzahntiger Pelz und Lederstreifen fehlt mir für den hier. Oh, hier brauche ich nur noch... Oh, ich brauche Lederstreifen. Das konnte ich doch irgendwo hier machen, ne? Ich weiß, dass ich nicht rennen kann. Wer will denn auch rennen? Wer hat denn hier den Käse rumgeschmissen? Oder was ist das? Hab für einen Schlafrock, lecker. Hallo, kann ich hier was herstellen? Ja, hier kann ich mir ein Lederstreifle machen. Und zwar vom Feinsten. Einmal Leder und daraus bitte Lederstreifen. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, wir brauchen das eh für nichts anderes, oder? Na, zwei Leder lass ich mal. Vielleicht brauchen wir das doch irgendwie zum Bauen. Wieso hast du aufgehört, Musik zu machen? Ah, jetzt macht sie es wieder. Oh, ich liebe mein Haus. Das ist schön, so ein richtig großes eigenes Haus zu haben. Das ist was Tolles. Nur noch ein Stück. Gut, ich bin da. Das war ja jetzt wieder eine Meisterleistung, Peter. So. Hängender Säbelzahntigerkopf. Schwupp. Wo ist er? Da ist er. Schön. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch bauen können. Es gibt so viel Zeug, das wir überall bauen müssen. Eine Feuerstelle. Das klingt doch schön. Ein Arcana verzauberter, aha. Äh, Verzauberer, Entschuldigung. Gold, mächtiger Seelenstein, Eisenbarren, veredelter Mondstein. Da braucht man ja einiges für. Oje. So, was braucht ich da alles für? Veredelter Mondstein, Eisenbarren, mächtiger Seelenstein, Goldbarren. Das ist ja eine ganze Menge. Weißt du was? Gib mir mal dein ganzes Zeug. Was braucht ihr? Ich will das alles haben. Das alles haben. Das alles haben. Nach euch. So, und dann packe ich hier nämlich erstmal rein. Eine Portion Glas. Wo ist der Veredelte? Da. Nur einen bitte. Habe ich noch Eisen im Inventar? Nee, ich habe kein Eisen mehr im Inventar. Gut, und der Rest wandert jetzt wieder in unseren Tresor rein, wo wir all unser Zeug schlagern. So. Alle rein. Ah, Eisen kann ich aber herstellen. Dieser Viertrachenklau habe ich hier auch noch. Das. Und das. Boah, ich kann immer noch nicht laufen. Was ist denn hier los? Kann ich was bauen? Nee. Ja, ist ja gut. Ich kann nun mal nicht schneller. Tut mir leid. Mann, 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 Mann. Huch, was steht denn hier noch rum? Boah, jetzt geht's ab hier. Hier können wir richtig was bauen. Na, ist doch gleich geräumiger hier. So, was gibt's hier? Ah, falsche Taste. Doch nicht. So, da sind wir hier jetzt auch schon wieder leer. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas drauf bauen können, hä? Das sind alles die Sockel. Das sind ja die kleinen. Können wir auf den großen was bauen? Nee, können wir aktuell überhaupt nichts drauf machen. Hier drüben hatten wir es hier schon probiert, was zu bauen. Nee, hatten wir nicht. Hier können wir auch noch bauen. Jetzt sind mir die Eisenbeschläge ausgegangen, Leute. Na, also sowas. Aber da haben wir doch schon wieder ganz schön was geschafft hier in unserer Hütte. Schwupp. Jetzt stelle ich noch schnell Eisen her. Ja, den Arcan-Verzauberer, den würde ich mir ganz gerne irgendwann mal bauen. Muss nicht unbedingt jetzt gleich sein. Aber ich sammle einfach mal ein bisschen die Rohstoffe, die ich brauche. So. Na, mein Freund. Langes Leben, das ist schön. Hi. Ihr seid jemand. Ich bin vorbeigelaufen, ne? Ich wollte hier rein. Und zwar ein bisschen Dalli. So. Oh, die Feuerstelle ist ja hübsch. So, und hier tue ich jetzt noch ein bisschen Eisen rein. Und mit dem restlichen Eisen mache ich mir noch schnell Eisenbeschläge. Dann können wir nämlich noch ein, zwei Sachen schnell bauen. Und dann passt das, würde ich sagen. Dann passt das. Tag, ich brauche Eisenbeschläge. Danke. Ich bin schon fast auf 70. Das ist doch schön. Rein hier. Ein rumgerendet den ganzen Tag. Was tut man nicht alles für eine schöne Hütte? So. Äh, jetzt können wir doch was bauen. Hä? Hör mal. Und das war es auch leider schon wieder. Aber es läuft doch. So, Leute. Da würde ich sagen. Machen wir hier für heute wieder mal Schluss. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit ein bisschen Handel. Mein Inventar scheint ja doch recht überladen zu sein. Da gucken wir mal, was wir da alles von verkaufen können, ne? Danke fürs Zuschauen jedenfalls. Und tschüssi.